Hallo, guten Tag, herzlich willkommen bei unserem nächsten Video. Heute würde ich Ihnen gerne antworten auf ein paar Fragen, die Sie mir gestellt haben. Frage Nummer 1. Warum haben Sie sich entschieden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen? Die Antwort ist ziemlich einfach. Als Friseerin treffe ich mich mit vielen Leuten und die erzählen mir von deren Familiengeschichten und von deren Schicksalen. Und auch ich, schon von Kindheit, bin in Verbindung mit behinderten Kindern. Und weil ich zwei gesunde Beine und zwei gesunde Hände Gott sei Dank habe, habe ich mich entschieden, dass ich gerade diesen Kindern helfen möchte. Und nun kommen wir zur Frage Nummer 2. Warum ist der Name Projekt Marionette? Kinder mit kombinierten Behinderungen brauchen täglich Hilfe, um ihre Ziele zu erreichen und sind auf diese Hilfe angewiesen. Und deshalb Projekt Marionette. Frage Nummer 3. Warum sind Sie auf die Idee gekommen, eine Charity-Hair-Show zu organisieren? Ich bin selber Friseur-Meisterin und wenn ich eins kann, dann Haare machen. Aber ich weiß, mit einer schönen Frisur kann man die Welt nicht ändern. Aber ganz anders sieht das aus, wenn sich die Top Friseere von ganzen Welt zusammentun, um eine Charity-Hair-Show zu machen. Damit kann man schon die Welt ändern. Denken Sie nicht? Und jetzt kommen wir zur Frage Nummer 4. Wie kann ich Projekt Marionette unterstützen? Möglichkeit Nummer 1. Sie spenden. Mehr Informationen zum Spenden finden Sie unter www.projektmarionette.com Möglichkeit 2. Sie können ein Ticket zu unserer ersten internationalen Charity-Hair-Show kaufen. Möglichkeit 3. Drehen Sie ein Selfie-Video in Querformat, wo Sie uns sagen, warum wollen Sie die Projekt Marionette unterstützen? Und hiermit möchte ich Euch einladen zu unserer ersten internationalen Charity-Hair-Show im Prag am 02.02.2020. Eure Dana Thiwissen. Kostetzer Kostetzer Vielen Dank.